Hallo Leute und Herzlich Willkommen zurück zu Boderlands mit den Beiden da Wo zum Teufel sind wir überhaupt? In Old... Old Haven Achso, Old Haven, genau, nicht Old New Haven Ich wollte nämlich gerade die Stadt einleiten und dann ist mir aufgefallen, heilige Scheiße, ich hab gar keine Ahnung, wo wir sind Okay, und wir haben ja noch ein bisschen was getötet während wir sind und ich weiß immer nicht, wie wir aufs Dach raufkommen Vielleicht hier lang, das sieht ganz gut aus Da ist schon wieder so ein Bastard Oh Gott, der hat Schaden gemacht Die machen so eure Schaden, what the fuck? Ich hab Waffen, Reuer, Säure und Schockschaden Hier ist noch so ein Dingens Ja, Schockschaden kann das nehmen Waffenkiste Sirenenklassenmord Jägerklassenmord, Tökel, nehm ich einfach mit Exklusive Murph Das hab ich noch angesammelt Ich hab mir gerade alles gekauft Säureresistenz Oh, das nehm ich immer, das ist ganz gut, schnelle Aufladung Ich seh immer Murph, die nehmen wir auch noch mit Nicht, Milf, Murph Ich hab das gerade in Gras leben Ja Tödlicher Skill, geladen, grausamer Skill Keine Ahnung, was das ist Gets, fucking rekt Tödlich könnte ich gehen Mann, ich will da reinfallen Keine Ahnung Und was sollen wir hier machen, wir sollen hier irgendwie so ein Aua Nein Okay, da rüber springen geht nicht so gut Wo müssen wir hin? Ich weiß nicht, wir sollen hier irgendwas machen, aber ich weiß nicht was Ja, das ist schon mal gut zu wissen Hier sollen wir was machen, genau hier schon Äh, ich würde mal kurz auf die Quest Äh, lösche die vier Rauchsignale in Old Haven und kehre anschließend zu Helena Pierce zurück Seh, kein Rauch Ah, doch, ich sehe Rauchsignale Das sind Rauchsignale Wir dürfen uns nicht, wir dürfen uns nicht nach dem Punkt richten Der Punkt zeigt uns nur an, wo das ungefähr ist Achso, der zeigt wahrscheinlich gerade die Mitte an der Karte, oder? Ja, der Hurensohn Eins will ich da hinten, ich geh mal zu ihm da hinten Ich will zu dem da drüben, aber ich weiß nicht, was ich denke euch Bin gefallen Ein Zapp? Ja, ich bin Ja, nein, ich bin da irgendwo zwischen uns Oh Gott, hier ist ein Schütz Oh geil Warum ist da ein laufender Arsch? Meine Begeisterung hält gegen Grenzen Oder das Geschütz Das merkt ihr nur, deswegen schießt er auf dich Ich kann's weg smarten Das macht irgendwie kaum Schaden Fuck Ach, es hört mich Ist da hoch? Oder nicht Okay, ich will es nicht mehr töten, ich habe hier kein Gegner, wenn ich wiederbeleben Okay, Dächer habe ich Ja, ich krieg das Geschütz hier nicht platt Du meinest doch auf die Kugel im Lauf, ne? Ja, irgendwie funktioniert es doch auch nicht so gut Hä? Du lockst ein Rauchsignal Also ich bin bei einem Rauchsignal auf jeden Fall Ja, ich glaube ich bin auch gleich bei einem Rauchsignal Gut Vielleicht sollte man sich nicht unbedingt aufteilen Doch, noch läuft ganz gut Vielleicht Vielleicht Oh jo Ja? Bist du ein Rauchsignal? Ja, du bist ein Rauchsignal Zack Ich bin Schwarzplatz aus dem Betrieb gesetzt Ich versuche hier gerade anzuschneiden und wäre der Fund, das ist nicht so einfach Hier ist ein Lens-Engineer Ja hier ist ein Lens-Verteidiger Mann Hier sind überall Lens, ich glaube die spawnen hier auch unendlich Lass dir Oh Gott, oh Gott, ich könnte Hilfe gebrauchen Ich bin gerade irgendwo reingesprungen Ja, ich brauche Hilfe, hier ist nichts Ich habe auch ein Problem Weil ich Ich kann durch Flüchten lösen, ich versuche zu dir zu kommen Mach das mal, ich stehe hier gerade ein bisschen weiter weg von Freddy Ah, das wird knapp Kirsch, ich glaube ich schaff es nicht Scheiße Gut, ich respawn einfach Okay, ich hätte es fast noch geschafft Knallharter Verteidiger, du Wichs 21.000 hast gekostet Okay, wo seid ihr? Ich bin beim Rauchsignal-Kanal bezahlt Ah, ich bin da, wo du hast ein richtiges Problem Ich habe einen knallharten Verteidiger in meinem Arsch In meinem Arsch Keine Ahnung Reichen denn? Ich bin hier die Frau Ja und? Also no judge gegen Homo, aber Hab den Kieschi, ich kann deng Aber den ersten Schwanz kriegst erstmal du Den zweiten und den dritten auch Und ich krieg erst den vierten ab Genau, oh Gott, machen die Schaden Ich darf mal Granaten Den Knallharten habe ich gerade getötet, Kieschi Jetzt geht es weiter Jo Ich sehe schon, ach da ist noch einer Ah, ich bin gleich tot Also Schock-Schaden hilft dir echt gut Ja, so Ich mach grad gar keinen Schaden Egal mit welcher Waffe irgendwie Ja, ich mach einfach Ich mach halt Schaden Ich mach selbst mit Kritz kaum Schaden 96 Kritzschaden hab ich die ganze Zeit Lass mal Richtung links drüber Ja, obwohl, wo ist denn ein Rauchsegner? Ich hab extrem viel Leben hier Gute Frage, wo ist das Rauchsegner? Ich hab da vorne noch eins Hier soll noch welche Schlüssel finden für die für die für die komische Banditenquests, die du aufgehoben hast Was ist das Invalidenquests? Invalidenquests Invalidenquests Banditenquests Ne, Invalidenquests Ne, Invalidenquests Okay, da fehlt irgendwie die Brücke Ich will da nicht rüberspringen Nein, scheiße, ich bin runtergefahren Nein, scheiße, ich bin runtergefahren Nein, scheiße, ich bin mal runtergefahren Nein, scheiße, ich bin mal runtergefahren Oh Nice Hey, ich bin nochmal runtergefahren Okay, äh, mit der Sirenen scheiße Ne Treppe hoch, dann ist es egal Ich hab ein kleines Danke, ich ne Äh Ja, die sind bezüglich die ganze Zeit und schafft nichts Okay, lass erstmal den anderen Quatsch machen, bevor wir darüber laufen Weil er scheint ziemlich starke Gegner zu sein Und ich weiß noch nicht, wie wir da rüber kommen sollen und springen So rüber, da wo ich bin? Ja Ja, du kommst einfach hier in den Kanal gesprungen und dann bist du da Scheiße Danke, dass du den getötet hast Kommt vielleicht einer? Warte, ich schieß mal ein bisschen auf den großen da Ja, ich seh den Ah doch, jetzt seh ich ihn Aber den treffe ich nicht Jetzt müsstest du ihn kriegen, ich hab ihn in den Loch gehittet Ja, treffe ihn nicht Scheiße Da komm ich auch nicht hin Wieso kommt ihr da nicht hin? Ihr könnt einfach unten in den Kanal springen und die Treppe hochlaufen Weil da vielleicht überall Gegner sind und die auch gestorben wären vielleicht WTF? Deshalb wollte ich doch erstmal nicht rüber gehen, sondern erstmal in einer Quatsch machen Ich mach nur noch vier Gegner Ja und davon war einer ein Knall harter Der ja schon fast tot war Ja, nachdem ich ihm grad noch ein paar Headshots gegeben hab Der hat ja noch mindestens Half-Life gerade gehabt Ok, wo sollen wir denn hier... So... Müsste ausleihen Oh, hier ist noch ein Knall harter Sehr gut Ich bin weg Ist die Feuerquatsch abgeschlossen? Warum ist die nicht abgeschlossen? Weil ich ne andere angemacht hab, weil die Feuerquatsch... ne ein Leuchtweiler war mindestens noch Ja, das hier Und das hab ich eigentlich gerade ausgemacht Aber irgendwie ist es noch an Kanal und Wohnbezirk fehlt Ja, das hier ist Kanal Aber das hab ich gerade eigentlich ausgemacht So... Eigentlich und uneigentlich sind zwei Dinge So, jetzt ist es aus Ok Ja, das andere scheint hier hinten zu sein Wir können hier nämlich einfach reinlaufen und es ausmachen Dann werden wir da weglaufen Hab ich bei mir auch gemacht Da kam ein Gegner Und um zu versuchen Freddy zu retten Bin hier froh Ja, das Problem ist, dass da halt richtig viele Gegner von... Oh fuck, oh fuck, aber schlechte Idee Schlecht... sehr schlechte Idee Ich bin gleich da aber nicht da Kriegst du einen, oder? Ne, aber hier ist ein Gatling geschützt Direkt neben mir Du kannst aber direkt hinter der... hinter der Wand hier versuchen Ja, ich glaub macht das grad schon Oh... Geh direkt runter Shish Shish Mein... Oh... What the fuck Das hat durch die Wand auf die... äh... Dinger geschossen Freddy kannst du an die Wand neben mir und mich rein? Ich bin grad dabei, dass ich das mache Ah ok, danke Ich versuch's zumindest Warte Hm... Hat nicht so gut geklappt Ok... Hat sehr geklappt Ja... Krieg hier auch nichts, ich sehe Warte, irgendwas... irgendwas heil ich gerade Ja, mich heil ich gerade Ich dachte du warst tot Ich bin doch grad gestorben Ich hab nur ein Murativer getötet Ich hab Kirschi Ok, ich sitze hinter der Ecke Ich geh schon mal Ultjan und lauf weg Oder hol die an um Drück F, schnell! Ja, ich hab mich geklappt Aber wenigstens bin ich in Deckung Nicht mehr lange, ich bin gleich tot Ich hab nur das sieb sich aufhören Die ist grad mit Renate eingeschlagen also Jetzt drück F und renn weg Oder rennen wir rein und töte was Okay, ich muss ganz langsam weg Die NGs treffen mich sogar in meiner Form WTF OP? Fragezeichen Hey, Ausrufezeichen Oh Gott, ein knallter Lensingenieur ist auch gerade geklappt Oh Gott, WTF ist denn hier los? Lensverteidiger Das ist hier Soll ich rüberkommen oder kriegst du das? Ich krieg das glaube ich nicht hin Aber ich bin... Oh Gott doch Ich hab irgendwas gemacht You did something Sheesh, was ist denn hier los? Yes, health Oh mein Gott, was war das gerade? Ich hoffe ich verglitsche mich gleich nicht Ich hab mich hinten zu den Geschützen gebackt Nice Also ich glaub zumindest nicht, dass es gewollt ist Doch hier ist es gewollt, okay Get fucking rekt Wer seid ihr? Äh, was greift mich hier an? Ich lenke gerade irgendwas für euch ab Einen Schuss habe ich Wo? Da ist einer Der Wichser Das andere Geschütze habe ich auch gleich Ein paar Arsch ist gerade ein bisschen Ja, gut Aufgeschossen Wer metert nur jetzt? Oh, ich hab keine Munition mehr für meine Sniper Ich bin übrigens immer noch fast tot Ich brauche noch ein bisschen Heal Ich bin auch fast tot Aber hier liegt richtig viel rum Ja, hier liegen überall ein bisschen Heals rum Ich hab nur 132 HP 131 HP Ne, zum Sparen Sehr gut Ich hab 262 HP Gut, dann haben wir das ja auch erledigt Hier liegt noch eine Medie Okay, wir müssen noch einen Schlüssel finden Da auch noch Und den Tresor Der Tresor Ist am Arsch der Welt Gut Und der Schlüssel ist hier irgendwo, oder? Und wir müssen noch Claptrap finden Und Claptrap ist Nein, nein Claptrap müssen wir nicht finden Claptrap ist da unten Ne Claptrap lassen wir einfach weg Und da müssen wir zurück nach New Haven theoretisch Für New oder Old Ne, Old Haven Wollen wir dann erstmal den Tresor da unten holen? Ja Von mir aus? Ich glaub schon Das ist Kishis Quest Kishis ist deine Quest Die hast du aufgehoben Oh, hab ich Gut zu wissen Ich weiss, wie ich vorhin irgendeine Quest aufgehoben hab Ja, die hier Das ist schon wieder ein Lance Oh Gott, da ist schon wieder ein knallerhatter Lance-Ingenieur What the fuck? Ich hab' immerhin genauer nicht zu der HP Ich auch nicht, ich bin auch grad gestorben Gehen wir grad in Deckung Ich werde ja auch gleich in Deckung gehen Der hat einen Alien-Sniper Nice Oh Gott, hier sind noch mehr Oh shit 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 Ich seh gar nichts mehr, er schieß die ganze Zeit auf mich Hab'n gleich Gehst du ihn? Ich belebe dich nicht mehr dabei Ne, er ist verbrannt wegen euch oder wegen Ja, wegen mir Er hat einen Alien-Waffe gegen fallen lassen Ich hab ihn auch schon Warte kurz Das ist die zweite Alien-Waffe, die du hast, ne? Na ja, die ersten nutze ich aber nicht mehr Warte Kirschi Da kommt schon wieder ein knallharte Lance Der ist schon, ich schieß in die Richtung Oh fuck Hab' ich dich? Danke, hast mich, ja Ja, was ist denn das hier? Ich glaub das ist dieselbe Waffe, einfach nur ein bisschen an da, also Also hier hinten nehmen wir Nebenwegs und auch über welche Warte Waffe Null, 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 null Null Schaden Ja, null, 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 die ganze Zeit Inzwischen sind nur so 200er dabei Ich hab'n bisschen weggespringt Ja, wenn ich ihn knallhart mach' ich echt ganz, ganz wenig Schaden Okay, ich versuch's einfach durchzureden, nicht die ganzen Leute hier zu töten Welche ganzen Leute? Äh, die da Der Schlüssel war hier? Der Schlüssel? Ne, das hier ist der Tresor Ja, aber wir müssen wahrscheinlich erst drei Schlüssel finden, Freddy Die hab' ich ja Achso, das ist der dritte Schlüssel Oh Gott, knallt der im Vertrieb mit dem Raketenwerfer Ja, ich baller ihn auch gerade zu Hab'n Schlüssel, wir können weg Okay, sehr schön, sehr schön Ressort ist ganz woanders Wir haben den Sniper mitgenommen, doch schnell Von wo? Ah, von überall, ihr Wichser Freddy, kriegst du einen? Ja Weil ich nicht nachladen muss Ja klar, easy Okay, okay Rishi, komm weg, weg Oh Gott, hier kommen schon wieder neue Ich bin eh gefallen Rishi, kriegst du einen? Ich glaube nicht Der Bastard duckt sich nämlich Und ich hab' nur ne Shotgun Ich hab' ihn Ich hab' ihn Ich hab' ihn Okay, okay, komm Jetzt ist aber nichts wie weg Oh fuck Boah, Gott, gute Granate gerade gehabt Ja, wir müssen aber da hinten noch rein für Claptrap Also ich glaube es wäre besser, wenn wir das erstmal reingehen würden Woran jetzt? Ja, dann mach die Quest an Warte, ich folg mir einfach Ja, ich folg dir ja schon Da oben sind auch kaum noch welche Ach ne, wir müssen den Claptrap befreien Okay, gut Ähm Okay, er stand bei mir noch da oben Scheit Halt die Fresse Die Fresse Das letzte fuck man Hat jedenfalls vorhin ausgeschaltet Und irgendwas anders gemacht Sehr gut Das müssen wir ins Soulflats machen Das ist noch in dieser Map hier Nein, das ist noch in der nächsten Map Also das Der Tresor ist noch in dieser Map Also das Ja, das stimmt Ey, wir laufen ruhig hier Wollen wir das wieder in der Lens-Infantrie? Ich lauf jetzt mal eben zu dem Tresor hin Wir müssen dann sowieso weg porten Um nach New Haven zu kommen Und Helina Prismission abzuschließen Ja, aber wenn ihr Helina nicht durchkommt Dann port ich mich einfach weg Aber ich bin jetzt schon da Gut Okay Ich lauf gerade außen rum Ich mach schon mal den Tresor auf, ne? Ja Sehr gut Sehr gut Hu fuck, das war eine schlechte Idee Wow Was war drin? Ein bisschen Geld Eine Quest Mit einem schönen alten Plan Also wenn ihr es noch her schafft Okay Warte, warte, warte Der ist falsch, komm abfotografiert Sieht zumindest so aus Der ist nämlich Spiegelpaket geschrieben Es wird leichter Wenn ich den richtigen Weg finde Und ich in jede falsche Ecke reinlaufe Aha Überall sind die Okay, ich renne einfach durch Ja, mach ich auch Aber geil ist es halt nicht, ne? Und man jedes Mal damit rechnen muss zu sterben Schon schön, wenn hier alles spiegelverkehrt draufsteht Hier steht alles richtig drauf Bei mir ist alles spiegelverkehrt Da unten steht Fuck that Ja, spiegelverkehrt Nein, bei mir steht alles ganz normal, wenn ich von hier gucke Okay, bei mir steht Okay, ich steh hier, guck an Da steht bei mir alles spiegelverkehrt Bei mir steht alles richtig rum drauf Ach, sehr gut dabei Also man kann es lesen, aber Ja, bei mir ist es auch spiegelverkehrt Sehr gut, bei mir nicht Bei mir ist alles ganz normal Wahrscheinlich ist sie einfach, weil ich Ja Okay, ich sag mal auch, ne? Sehr schön, dass einfach völlig falsch gespawnt wurde bei uns erscheint Ich finde es aber schick Also das kann man sich sehr schön gemacht Ja, schon Schon schön ist das ein Und das ist jetzt in Dahl Headland Ach, Dahl Headland, da waren wir auch lange nicht mehr Ja, bestimmt Das war das, wo, nach dem ersten großen Gebiet Ja, ja Wo wir die Autos hatten dann Ja, wo die anderen Autos waren, wo wir auf die Autos geschossen haben Mhm Ja, wir haben da auf Autos geschossen Ja, ja, ich weiß schon, wo du meinst, bestimmt Okay, jetzt gehen wir nach New Haven Ich lass mir ein paar Schüsse noch da Mein Charakter stöhnt und in dem Moment, äh, brechen wir auf zu ner Reise Warte, warte, warte Ich hab uns einfach darüber gespritzt Wop, 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 wop Was? Stop-Step Wo ist und Helena Pichis, ich glaub hier drauf war die Stop-Step... Intro Wop, wop, wop Wop, wop Auch haupt ich krieg' darauf jetzt kein Copyright Aber sowas von Copyright Denke nicht, dass er dann Copyright drauf hat, aber... Ja, ist Urheberrecht. Du wirst verklagt, wirst angezeigt. Ja. Naja, ich hab nicht seinen Kram wieder gespielt, sondern nur... Es ist parodiert. Eine Parodie ist nicht illegal. Wenn sie zu nah am Original ist, schon. Keine originalen Teile verwendet. Pssst! Du hast seine Stimme verwendet. Middle of Nowhere sind neue Missionen. Äh, okay. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück ins Hedal, Hedl. Ich glaube, das schaffen wir sowieso nicht mehr in zwei Minuten. Oh, aber wenn ich renne schon. Also dahin, dahin kommt, schaffen wir das schon. Aber ich weiß nicht, ob wir irgendwas noch machen können. Ja, hab ich richtig lauf. Ich glaub, ich bin komplett falsch gelaufen, ja. Sehr gut. Oh ja. Das ist sehr gut. Folgt man einmal, Freddy? Du bist vorgelaufen. Ja, an dir vorbei. In die Richtung, wo du gelaufen bist. Ja. Bin ich nicht. Du bist an der Kreuzung, bist du einmal vor mir irgendwo lang gelaufen. Soll ich auch? Ich geh doch einfach mal lang. Zum Gefehl kann man ja machen. Oh Gott. Oh, ich hab ihn wieder fast festgebacken. Suddenly, Auto. Während der Fahrt richtig schnell auf. Kishi, du bist im Menü. Mach schnell. Danke. Ja, bitte. Ich muss schneller Auto spawnen. Scheiße, ich wollte eigentlich noch richtig schön parken. Einparken? Ja. Oh Gott. Was ist los? Bildfehler gerade gehabt, aber richtig des Todes. Ich hoffe mal, den sieht man im Part. Boah, den wird man sowas von im Part sehen. Spritzig drauf. Alles war grün und pixelig und brei. Okay, das ist am Arsch der Welt. Wollen wir den Timer stoppen und das noch schnell fertig machen? Ja. Einmal haben wir noch. Das ist bei mir nichts übrigens. Bei mir auch. Ist wahrscheinlich irgendwie, weil das so stealthmäßig versteckt ist. Ja. Hallo. 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 Gott, warum nimmst du jedes Mal das Geschütz aus? Das ist voll schlecht. Weil ich einfach kein Bock, das umzuändern, weil ich damit sowieso nie kämpfe. Ich lass ja nur mit, um zu fahren. Geht hier, warte mal kurz. Geht hier, warte mal kurz. Ich konnte grad nicht besser warten. Jetzt kannst du weiterfahren. Ich wollte nur umsteigen, ein vernünftiges Auto. Guck hier sind die anderen Autos übrigens. Oh halt. Ballast die kaputt. Wo muss ich denn hier so ab hin? Wann ist es hin? Mussten wir die nicht kaputt machen, damit wir überhaupt... Hier ist ein Abgrund, Kishi. Hier ist ein fast reingefahren. Ja, ich hab gebremst. Das ist gut. Oh nein, ich will nicht ausstrichen. Nein, 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 nein. Bin ich tot? Ah, ich bin fast gestorben. Das X markiert die Stelle. Sehr gut. Geht's doch. Oh, Waffen, 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 Waffen. Was drin, was drin, was drin, was drin. Nichts Interessantes, sehr gut. Für alle Sachen, die eher für mich gedacht sind. Und ich kann nichts davon mitnehmen. Wieso? Bist du voll? Klar, ich bin immer voll. Fier zum Sniper? Oh, die sieht gar nicht schlecht aus. Aber die hat vielleicht ein bisschen zu wenig Munition. Ist das eine niedrige Feuerrate oder eine hohe Feuerrate? Also das... Feuerrate, wenn die hoch ist, ist das gut. Oh, ich weiß nicht, welche Waffe ich wegpacken. Ich pack meine Raketen, die war weg. Für was denn? Für meine Sniper, die ich grad gefunden hab. So. Beziehungsweise weil ich die Folgen gefunden hab, die Pumpe. Äh, mein Spiel steht still. Ja, genau das hab ich die ganze Zeit. Okay, wozu alle bist du? Was? Wozu alle bist du? Ich glaub, er ist runtergefallen. Ah ja, ich bin runtergefallen durch den Spielstillstand. Ja. Und da ist der Lapster. Ich hab kein Hut. Das hatte ich gut. Aber der Pumpe hat nichts drin, ne? Ich hab kein Hut und ich kann mich nicht bewegen. Und von daher würde ich sagen... Ich hoffe, der Pumpe hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und Tschüss. Tschüss. Abwein, Tschüss.